Mh, lieber Umbertadikus. Da sind wir also wieder am Land. Oh schön, wir sind an Land, das ist jetzt was wir erfahren, wir können jetzt neue Waffen kaufen und modifizieren. Wir müssen nach Shadybelt zurück, in der Hoffnung, dass wir Hinweise finden, wo sie sind. Was? Mein Pferd ist fort? Wann muss ich das nennen, wie das ungarische Halbblut? Ja, mein Pferd ist anscheinend in Kraft zu kriegen. Ich hoffe mal, dass wir es noch wieder bekommen, unser Pferd, dass wir es jetzt nicht verloren haben, dass wir nicht so viel Binge auf dem Pferd haben. Also, unsere ganzen Sachen haben wir auch noch im Pferd. Ich hoffe, dass es wieder kommt. Ja, hier sieht man auch unsere ganzen Gegenstände, die wir hatten. Wir müssen uns den abwickeln, um seine Ausdauer zu füllen. Wir müssen uns den abwickeln. Wir müssen uns den abholt. Wir müssen uns den abholt. Wir müssen nachher wissen, dass wir uns die Kino kommen und haben. Wer ist schon gegen diese Grenzen gekommen? 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 Hier sind wir also wieder. In Shady Bay. Gucken wir ob wir hier noch jemanden finden. Alles verwüstet. Susan, Strauss, bist du hier? Hallo? Hallo? Kann ich ein paar Waffen mitnehmen? Das könnte ich bestimmt gebrauchen, um meine Waffen zu reinlegen. Nein. Shady? Pearson? Nein. Besser. Gehen wir mal hier oben gucken. Ob wir was finden. Oh. Es gibt immer jemanden überall. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir etwas für Herrn Milton finden können. Herr Milton? Ich würde mich für ihn finden. Das ist genug, Herr John. Du nimmst Herrn Bunter und schaust ihn zurück. Herr Orly. Wir müssen mit ihm reinlegen. Herr Präsident. Herr Präsident. Geh auf. Wir müssen mit ihm mal loswerden. Ne, sind alle drinnen oder hinten. No Was ist denn da fest? Jetzt sind sie natürlich alleine auch vor Aho Ah, woher Warte kurz, was wirst du denn da haben? Ich stehe mir mal keine paar vor die Fresse Gut so Weißt du mal nah als meine, um hier geht's Kaum HP Na Das Gericht geserbt, müssen wir jetzt runter ins Erdbeschuss In ein Hinweisen zu suchen Hier am Tisch waren wir gerade schon, hier ist nichts Was ist das? Was ist das? Das ist ein Brief, oder? Was ist das? 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 so hutsch sorry tier was im weg hier ist der neue Unterschlupf von Caroline